Ich habe eine neue Zitat für dich. Okay, gib dir die Zitat, bitte. Ja. Hört ihr zu? Ja. Der, der, was weiß ich mal, der Wolf und der Chakal sind am Setzen auf dich und die trinken Raki. Okay, ja, dann sollen sie sich den Raki gönnen, ne? Und los. Hier hat aber keiner irgendwas mit dem Wolf geschrieben. Was? Der Wolf und der Chakal? Siehst du und trinken Raki? Nogel? Und dann auf einmal kommt der Löwe rein. Dann kommt ein Löwe rein, jetzt bin ich begeistert. Als der Wolf und der Chakal sind, sind sie auf den Tisch und trinken Raki, dann kommt der Löwe rein. Mie, ich weiß gerade, keine Ahnung, was du mir damit jetzt sagen möchtest. Sag, oh, seit wann gibt Chakal den Löwe einen Klatsch? Der Wolf und der Chakal sind zusammen sitzen auf den Tisch und die trinken Raki, dann kommt der Löwe rein. Alles klar. Hä? Und er sagt, oh, seit wann gibt Chakal den Löwe einen Klatsch? Seit wann gibt der Chakal dem Löwe einen Klatsch? Was laberst du? Alter, ich lese es dir nochmal vor. Der Wolf und der Chakal sind zusammen am Sitzen auf den Tisch. So, dann kommt ein Löwe rein. Pass auf, jetzt kommt der Witz des Tages. Dann kommt ein Löwe rein. Auf einmal kommt der Löwe rein, der sagt, oh, seit wann gibt Chakal dem Löwe einen Klatsch? So, der Löwe sagt, hör mal, seit wann gibt es dann Chakal dem Löwe einen Klatsch? Hä? Der Wolf und der, hä, sag mal, steigt euch die Hitze hier zu Kopf oder mir? Der Wolf und der Chakal sind zusammen am Sitzen auf dem Tisch und die trinken Raki, dann kommt der Löwe rein. What? Dann sagt der Löwe, seit wann gibt es Chakal dem Löwe einen Klatsch? Der Wolf und der Chakal sind am Sitzen auf dem Tisch und die trinken Raki. Was ist denn, ist das eine unendliche Geschichte hier, oder was? Neues Zitat für dich. Raki, weiß ich, was ist Raki? Na, ich sollte es den Raki weglassen. Und dann auf einmal kommt der Löwe rein. Dann kommt der Löwe rein, okay. Der sagt, oh, seit wann gibt es Chakal dem Löwe einen Klatsch? Wo ist die Pointe? Kommt doch schon einfach auf den Punkt. Der sagt, wenn ich zwei Gläser trinke, wie ein Frutz rede ich. Was ist denn das für ein Zitat? Lass den Raki weg. Raki, was aus? Vielen Dank.